... Dr. Scapo vom Sandro Boy, also der World Cup Finalsieger mit Markus Ening, 2006. 2006 ist der Vater und dann aus seiner Carigno-Mutter weitergezogen. Schon mindestens elf Jahre alt. Auch Stefan Eder ohne Springfehler hier unterwegs. Wir haben mehr als über 20 Paare jetzt hier schon in unserer Prüfung. 68,26 Sekunden ist seine gebrauchte Zeit. Auch das, wie gesagt, keine Zeit, die auf die vorderen Plätze angelegt war. Und ich würde fast behaupten, auch der nächste wird hier... Untertitelung des ZDF, 2020